Dieser Hummer ist nicht nur ein normaler Hummer. Nein, bei genauem Hinblick erkennt man die blass-orangefarbene Schale. Die Wahrscheinlichkeit für eine solche Färbung liegt bei 1 bis zu 30 Millionen. Der Hummer wurde im US-Bundesstaat Maine gefangen. Er sollte eigentlich in ein Aquarium in Tennessee gebracht werden. Doch durch ein Versehen landete er in einem Transport, der in ein Hummer-Restaurant ging. Zum Glück erkannte der Manager des Red Lobster in Asheville die Seltenheit des Tieres und rettete es, bevor es im Kochtopf landete. Das Restaurant fand heraus, dass das Schalentier, der sogenannte Larry, ins Ripley's Aquarium in Gatlinburg gehört, wo er jetzt zu sehen ist. Seine ungewöhnliche Farbe resultiert aus einer seltenen Kombination von Genetik und Ernährung, wie der Aquariumsdirektor erklärt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017